Wer mich und Max kennt, der weiß, dass wir uns privat sehr schätzen als Menschen und ich schätze ihn auch als absoluten Fachmann. Aber ich bin in Dortmund gegangen worden und mir wurde Ähnliches mit aufs Tableau geschrieben. Also ich bin hier geboren, ich kenne Leipzig, ich bin Leipziger. Max kommt woanders her, ist woanders geboren. Dinge brauchen manchmal ein bisschen Zeit und trotzdem war Max hier. Er hat viele Dinge angeschoben, viele Dinge angeschoben. Er hat einen Top-Transfersommer mit Ruwin und unserer Scouting-Abteilung hingelegt. Also ich glaube schon, dass Max auch Teil dessen ist, was wir hier im Moment auf den Platz bringen.